ich habe mir schon überlegen wir haben jetzt den tag hier soll ich schon mal anfangen soll ich nicht so dass er hier muss man glaube ich nicht um da liegt nicht reichen ja weil ich jetzt wieder hoch geht du bist witzig ehrt einfach eh ist egal wo du bist einfach eh festhalten dann noch mal bitte weil du hast ja jetzt gut ich gehe wieder hoch ist die reichen aber noch nie du musst nur welche kraften er was brauchen dafür nur holz und holz genau holz so ach so du könntest dann auch besseres werkzeug machen ich hab schon mal vorbereitet hier man schon vor steil ja da komme ich nur eben hoch okay ist das übrigens die Minerslump ähm gehen die irgendwann die können auch glaube ich kaputt gehen ja ja es macht doch Sinn die immer auszumachen und ich vergesse das aber gerne deswegen in zehn sekunden ähm kannst du uns mal jeweils eine fire axe und eine pickaxe machen 3 3 3 2 1 liegt ja ja 20 forged iron und dann kannst du zum beispiel jetzt eine fire eingeben oder gibts x ein und da siehste gibt es eine iron fire axe und eine iron pickaxe wie kannst du denn machen glaub ich nicht hä ja ach so warte dann gebe ich dir halt noch ein bisschen Wut ja hast du lief ich nehme mich alles weg ich bin ja immer ein treuer kollege die raute des todes und so ne und ditte und ditte machen wir noch wo mache ich ein kisten hin manchmal zwei und ob ich wenn ich die oben eher an die decke mache ob die ob die da rankommen theoretisch schon ne wissen äh mal probieren ja ah das wird doof dann mache ich da eben anders ähm na das dauert noch ein bisschen ähm könnt ihr eigentlich nochmal rausgehen ne warte mal ich schaue doch mal eben wie es mir gehen tut 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 oh gut 32% kann man noch was zu essen fliegen fliegen und weg fliegen in teuer 3 4 6 7 8 9 1 2 9 9 9 9 9 9 9 10 10 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 13 13 Freu-undchen. Fertig. Okay. Mach weiter wüst. Lässt mich in Ruhe. Hä? Wir hatten hier mein TV schon wieder aufgestellt. Das hab ich glaub ich auch jede Fall. Jedes Mal. Hä? Ich hab keinen aufgestellt. So, und dann machen wir bitte nämlich... Hier ist ein Tier. Hier ist ein Tier. Warum hab ich keinen Bock mehr? Dann töten. Töten! Ja, ja. Ich hab einen Fall. Das wird nicht reichen, ne? Nee. Ich komm gleich raus. Ja, weil du immer wegrennst. Da ist irgendwo ein Zombie. Ja, ich hör's. Ich hab mal kurz Kisten gemacht. Die muss ich dann an und auf machen. Ich komm mal runter. Schlägt hier irgendwo ein? Ich hab jetzt 56 Pfeile grad mal. Das ist irgendwie so viel. Die müssen echte Ruhe-Failern finden. Was sind denn? Der schlägt gegen den Stein. Oh, ich hab 10% Essen. Ja, gib mir eben Pfeile. Aua. Äh, liegt. Oh, scheiße. Das ist ne Mutti. Warte mal. Die müssen wir ganz schnell fix ausschalten. Okay. Na, wenn die nämlich schreit. Ja. So. Dann würden wir viel Besuch. Weiß. Wir kriegen gleich Besuch. Jo. Da kommen sie. Besuch. Ähm. Wenn du irgendwo ein Nestor findest. Wir brauchen die. Komm mal aus der Frau raus. Ich schieße. Nur der Alte liegt oben. Alter. Ja. Bei allem muss ich. Bei allem muss ich mal eigentlich rein. Weil ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ja, ne. Echt. Bloß drei. Bloß drei. Bloß drei. Das ist ja. Na es sind. Wieso. Ja. Also. Nö. Ist okay. Ich bin. Ich bin zufrieden. Ich hab nämlich ne andere Sachen zu tun hier. Geiß. Kannst du mal den Hirsch mit irgendwie? Wenn ich ihn seh. Ne. Hinterher. Alter. Ich kann nie mehr. Ich bin immer noch. Ich hab immer noch Durchfall. Alter. Sprinte du Affenkopfmann. Warte. Ich schau mal eben. Ne. Du hast ihn noch nicht in die Buchse. Also. Ja gerade hin. Irgendwo muss der Hirsch sein. Ich kann nicht sprinten. Ich hör galoppel galoppel. Aber ich seh ihn nicht. Ja. Hier liest du. Der ist schon. Der ist schon tot. Oder? Ja. Wer macht das? Ich nehm das gleich mal mit. Ich mach gleich nochmal oben Essen. Wo brauchst du? Ich hab ja. Ich bin ja schon dabei. Musst du mir das Zeug jetzt rausnehmen. Ich will ja auch mal Essen machen. Ja. Ja dann äh. Ich muss aber jetzt ganz fix hoch. Weil ich hab noch 7 Prozent. 7 Prozent. Ja. Spätzlchen. Ich bin mega schnell gerade. Alter. Wie lange will denn der hier noch irgendwie rumasteln? Von wegen. Durchfall. Da steht nicht immer mehr ne Zeit dran. Du hast es jetzt einfach dauernd. Mann. Merk schon. Ich bin auch so nett. Ich mach sogar die Tür zu. Das ist wirklich nett. Du hast gesagt ich soll die Tür zu machen. Also mach ich das. Ist doch völlig in Ordnung. Ist doch okay. 7 Prozent. Scheiße hier. Also hier oben die Falltür lass ich mal offen. Ne. Ist nicht gut. Boah. Kann mal zu machen. Ich hab jetzt noch 4 mal Fleisch einstecken. Wenn wir so blöken. Dann haben wir gerade so ausgepowert. Weil man ein bisschen noch Landfiber mitbringen kann hier. Kommt von dem Müllprozenten. Äh vom Öl nicht mehr hoch. Der muss jetzt was essen. Ich bin total im Arsch gerade. Dass weil der mal nicht isst willst du. Der frisst hier den ganzen Tag. Frisst der so viel Begen und Ecks willst du. Und irgendwelches Fleisch und Dosenfutter und so. Und dann äh hat er immer noch was. So. Pack ruhig wenn du was denn willst. Mieten müsste. Mieten müsste fast 1 fertig sein. Stopp. Stopp. Ich hab's abgebrochen. Weil. Bacon and Ecks mehr Sinn macht. Ja ich hab keine Eier. Ja dann guck in die Kiste. Hier. Warte. Da. 5. Ich hab sie rausgeschmissen. 5 Stück. Da kriegst du jetzt schon mal 2 hin. Und dann wenns geht. Äh bitte dieses Chalk Meat machen. Und nie das Boil. Und hier hast du noch mal 5 Meat. Warte. Aber du hast doch die Meat abgebrochen. Die hab ich doch nicht mehr. Ich hab sie hier liegen. Liege mit dir. Juuu. Super. Dann hab ich den Haufen Bowes einstecken. Die hau ich mal hier vorne irgendwo hin. Ähm. Was fehlt denn hier da jetzt? Der Holz fehlt mir. Da könnte ich noch mehr machen. Oh. Ja egal. Ähm. Toll. Ja. Zweimal mehr. Du brauchst 3 Eier. Ich glaube immer dafür. Das Chalk Meat. Und den Rest brauchst du dann. Äh. Kein Boil Meat. Sondern das andere Meat. Ich schau halt. Ich glaube das ist nämlich stressig. So. Oh. Wie gut das das Ding hier aus ist. Schlecht. Ich muss dann auch mal. Hast du schon Werkzeuge gemacht eigentlich jetzt? Ne. Weil wir eigentlich warten wollten. Aber. Wieso? Weil das ja so ewig gedauert hat. Aber Sekündelchen. Ich hab grad die Fackel wieder eingesteckt. Ich weiß das aber nicht. Wow. Naja. Immer mit der Ruhe. Ich muss erstmal was essen hier. Du bist soweit voll mit Essen? Oder? Äh. Ja. Geht. Was ist denn? Geht. Ne. Ich bin jetzt bei 44% Essen. Kannst du übrigens wenn du legst. festhältst. Auf einem Gegenstand. Und dann einfach wegziehst. Kannst du die ähm. Blicken. 85 und 76%. Okay. Drink. Dann trinken. Kannst du dich immer voll trinken. Essen ist echt schwierig grad noch. Wir müssen ja Tiere töten. Mehr Tiere töten. Ja. Aber sei mal zufrieden. Das wird so zweit sind. Da können wir ja wenigstens ein bisschen austeilen. Alles. Alles. Ich hab mich ja jetzt überhaupt nicht oft geregt. Aber was? Ja. Ich hab nur gesagt, dass wir Essen brauchen. Naja. Weiß ich. Aber wir können wenigstens zu zweit nach Essen suchen. Richtig. So. Ich mach jetzt auf jeden Fall Spikes. Spikes schadet nicht. Achso. Du kannst dann noch ein Rezept dann mal lernen. Aber das muss nicht jetzt sofort sein. Das kannst du nicht mehr machen. Ähm. Ähm. Diese komischen Aufgaben hier oben. Dieses. Ähm. Fiber Plans. Ähm. Meine. Kannst du mal zwischendurch mit. Kannst du mal zwischendurch mit machen. Dann sind die halt weg. Aber ist nicht so wichtig. Nö. Weil ich muss nicht wie bei Ark oder so meine Level hoch machen. Sondern im Prinzip kann ich ja alles immer wenn ich die Ressourcen hab. Nö. Du kannst auch spielen. Du musst im Level steigen um Sachen zu skillen. Du kannst. Warte mal. Kannst du mal Tab drücken. Was ist denn bei mir hier los? Sag mal. Ja. Tab drücken. Tab drücken. Und oben wo du hier auch Charakter hast. Dann auf der rechten Seite hast du Skills. Kannst du alles machen. Und du kriegst pro Level kriegst du Skill Points. Und 20 hab ich gerade. Archery. Armour Smitting. Ich muss mal. Armour Smitting. Jetzt wo du das sagst. Eigentlich war ich gerade oben um die Echse zu machen. Na du brauchst kein Armour Smitting dafür. Nein. Aber ich war gerade oben um eigentlich die Armour Smitting zu machen. Ich wollte eigentlich nicht Armour Smitting. Ich wollte eigentlich nicht Armour Smitting. Ich wollte gerade. Echse machen. Ach. Ja. Da hast du das Zeug einstecken. Nee. Kannst du auch unterwegs craften. Theoretisch. Achso. Ähm. Na klar. Na wenn du das einstecken hast kannst du das auch runter weg craften. Oder habe ich das. Ja ich habe es. Iron Fire Axe. Tools. Ähm. Ist das viel besser. Die Fire Axe kann ich auch nehmen zum abbauen. Na zum Holz abbauen. Und die Pickaxe nimmst du halt zum Eisen abbauen. Okay. Also zum Stein und Eisen. So wie man es normal macht. Nie wie bei A. Okay. Ähm. Die Frage ist. Ähm. Bringt das sehr viel. Oder kann ich jetzt erst meine. Ich habe noch acht Stück. Hier im Inventar. Also. Also die machen. Also. Ist auf jeden Fall besser wie die. Wie die. Ähm. Steineckse. Definitiv. Du kannst die anderen weghauen. Hau die weg. Brauch kein Mensch. Die Steineckse kannst du weghauen. Wenn du die anderen jetzt. Wenn du dir jetzt eine andere machst. Dann kannst du die Steineckse weghauen. Na ich lass noch eine im Inventar. So. Schlechte zeigen. Die gehen dann ja auch nicht so schnell kaputt. Wie die Steineckse zum Beispiel. Okay. Hm. 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 Ich hab immer noch durch. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich das wegkriege. Es geht ein bisschen schneller ja. Healing. Keine Ahnung warum ich immer noch diesen wegkriegen hab. Ich will den ja wieder wegkriegen hier. Es ist so. Ähm. So. Wie sieht's denn hier aus? Das bandt noch schön eisen ein. Okay. Ach. Ich wollte mal's. aufmachen. 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 So hab ich Kisten auch noch nie gebaut. Aufmachen. Ach. Schön. Ähm. Gut. Ich mach immer um. Na ja. Lalalalalalalala. So. Was haben wir hier? Ne. Machen wir erst mal. Essenstechnisch. Haben wir hier. Das. Was. Ähm. Ja nicht. Ähm. Was ist das jetzt? Health. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Grain Idle kommt da rein. Supply. Innen rein. Die Liniendinger. Das. Das. Nee das nir. Das. Lalalala. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Die Koffer. Wie heißen die Dinger? Spike. Bitte. Die Koffer. Die Koffer. Da rein. Ähm. Munition. Äh. Die Koffer. Ähm. Die Koffer. Die Koffer. Dann Munition. Kommt die Pfeilspitze. Mit drin. Lalalala. 495 Spikes. Brauch ich nicht bauen. Äh. Doch. Kannst ruhig machen. Okay. Erstens. Skillst du da durch. Also. Erstens. Geht dein Skill da durch höher. Und zweitens. Äh. Brauchen wir immer wieder viele Spikes. Das. Bleibt nicht aus. Gut. Sagen. Sag mal. Ja. Mama. Bist du eigentlich nicht wahr? Haha. Ich schwöre ich es auch nicht. Also vorhin hat sie ja eigentlich gesagt. Die ist weg. Aber irgendwie ist er ja fett. Deswegen. Ich bin aufgewirrt. Ähm. Die kann ich nicht scrapen. Okay. Dann schmeiß ich den. Okay. Dann schmeiß ich den. Okay. Lalalala. Lalalalalala. Lalalalalala. Das wird noch mit zur. Nein. Ähm. Ähm. Ja. Die habe ich jetzt hier drin. Und dann. Okay. Die Axt fällt auf jeden Fall länger. Aber. Ist aber nicht schlimm. Wir haben ja jetzt eine Forge stehen. Von daher. Juckt das nicht mehr so. Okay. Wenn du. Wenn du. Wenn du. Wenn du. Dann. Wenn du. willst. Kannst du hinlaufen. Wenn du willst. Kannst du hinlaufen. Ähm. Ach. Da drüben. Kannst du versuchen zu finden. Wenn du magst. Okay. Kannst du versuchen zu finden. Wenn du magst. Okay. Und doch dafür auch alles andere stehen lassen. Ja, Schatz. Ähm. Ja, Schatz. Ähm. Hör auf. Ich mach dir sogar eine Ausmüllkiste. Hör auf. Ich mach dir sogar eine Ausmüllkiste. Ja. Ja. Rezepte. Ich hab' gemacht. Fragments. So. Und das kann dann weg. Ähm. Hallo. Ähm. Das kommt hier mit drin. Ähm. Die Healthkiste kommt hier mit drin. Ach der Lieber. Kann ja eigentlich da mit drin. Ähm. Wird das irgendwie angezeigt? Ne, ne? Nein. Wirst du hoffen, dass du ihn findest. Hm. Wie sieht denn der aus? Das ist ne Kiste. Das ist ne Kiste. Das steht zu Pleidruck. Ja. Ja. Finde ich nie. Äh. Ist auch schwierig. Äh. Ist auch nie immer ganz einfach zu finden. Aber ist machbar. Auf jeden Fall. Ja, weil ich nicht weiß, wo der runter ist. Dann hab ich genau ne Sekunde gesehen. Äh. Doof. Ja. Macht es Sinn jetzt hier weiter zu gehen? Wenn du so ne ungefähre Richtung hast, machts auf jeden Fall Sinn. Dann macht das Sinn, ja. Aber wenn du jetzt gar nie willst, in welche Richtung der ist, dann macht es keinen Sinn. eine e m und eine Mutter 500 Kilo ein da um damit nun das hin das KOMO aufheben Hunting Rifle mehr die Klopfe ich glaube das wird nichts ich weiß nicht an der Welt wenn der Warnier wird er ja dann brauchst du nicht macht er dann keinen Sinn so die kann hochwäschten halt mal auch Katze dann wäre dein Ernst hey Ernst Jungs hört Ernst gesagt so das rein das rein und die können wir dann draußen mal kurz hinschmeißen hier habe ich noch was einstecken nämlich ein Magnumzylinder so ähm ich hab äh du kannst die die Kiste die wir die ganze Zeit genommen haben wo du die Kerze drunter gemacht äh die Fackel drunter gemacht hast kannst du da lassen ausmöglichst nehmen wenn du willst okay je nachdem wie der ist so okay her mann und es gibt es die ersten in Form von Reh und es ist gut ich bin über den Weg gerade nach unten ich habe auch nur 12 Pfeile Auer 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 das ist eine alte Deine alte Schreckschraube. Ich hör die nie. Ich muss da mal re-loggen, hab ich gesagt vorhin mal, ne? Ich hör die nie. Schreit die bei dir? Wenn die irgendwann mal schreit, musst du mir das sagen. Ich bin nicht mal in der Nähe von dir. Alter, ich treff die. Ich treff die nie. Äh, was? Hä? Warum? Was denn jetzt? Ich versteh's gerade nicht. Ich hab mir gerade einen riesen Weg zu tun, was hier los ist. Ich treff die alte nie und hier kommen andere Zombies. Geil. Voll. Guten Tag. Den alten. Ich muss ja mal re-loggen. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hab gerade ja Party zu Hause, sozusagen. Ähm. Komm, läch dich hin. Mann, Digga. Läsch dich hin. Geh doch. Katze, ich... hab gerade keine Zeit. Und ich kann immer noch nicht... Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Weil ich immer noch Durchfall hab, ohne Zeitangabe. Also ich... Sag mal, kann man Spikes abbauen? Ja, ja, mit der Angst. Nein, ich mein, äh, Spikes. Ja, bloß was Spikes. Im Wasser... Äh, do I Spikes? Oder was mach ich da? Was? Ich grad nicht ganz... Ich steh hier gerade im Fluss. Und... Hacke mit dem Messer auf dem Boden. Ja. Und ich glaub, ich mach Spikes. Ja. Wurde Spikes. Du machst... Ja, klar, du drastest sie doch nebenbei. Ach so. Ja, ich hab ja 200. Und ich hab hier grad ein Megaproblem. Ich hab hier drei Zombies, die ich in den Tod kriege. Weil ich nicht mehr laufen darf. Und... Und ich jetzt mal fix mich auslob an der Stelle. Weil irgendwas... Ich hab hier echt... ...gal überhaupt nicht. So. Intune, connect, server. Irgendwas... Irgendwas ist da gerade ganz schief gelaufen. Ich weiß auch nicht. Ich hab hier... Der... Der... Merkt so die Situation. Der... Ich hatte kein Stamina mehr. Ich... 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 Weil... Hab ja immer nur Doorsfall gehabt. Ich hab mich geallt getroffen. Ja... Ich bin... Ähm... Ich hoffe... Ich hoffe... Ich hoffe... Dass ich vor allem jetzt mal auf die Fresse kriege. Weil ich mich gerade... Vor 3 Zombies ausgelockt hab. waiting for Sura ja Mutti ist noch da ich hab immer noch Durchfall keine Pfeile aber irgendwie sieht die ganze Geschichte grad nicht aus ich seh deinen Schädel nicht du Affe Pfeile ja wir müssen auf jeden Fall Spikes um die Bude legen wenn wir mal nach die können wir schlecht aus die Wunschung Halt die Hose hätte gerne mal hier oben wo Nest aber ich komme gerade irgendwie nicht vom Fleck es ist 200 Euro auch wenn es morgen 8 hallo die Hälfte Ich bin gerade sehr konzentriert, weil ich nur noch 9% Leben habe. Okay, ist nicht so gut. Ja, gegen zwei Tabis. Macht keinen Sinn. Ach, da war ja auch noch eine Hütte. Oh, da muss ich dann nochmal hingehen. Ja, ich suche gerade auch krampfhaft Messer, damit ich hier mal überhaupt irgendwie was schießen darf. Arrows kann ich nicht machen, weil mir natürlich Stein und Holz fehlt. Na klar. Wie sollte es auch anders sein? Natürlich! Ich bin jetzt Stein her, Mann. Da sind die Zombies, die mir die ganze Zeit hinterherlaufen. Ich komme hier nicht mehr vom Fleck. Wo bist du denn? Warte, ich komme mal eben zu dir. Mit 10%! Ich gebe alles, mein Freund. Ich habe immer noch Durchfall. Das ist doch nicht normal. Scheiß doch nicht in die Hose, jetzt mach weiter. Nein, das ist aber irgendwie sehr merkwürdig. Warum hast du denn schon wieder deine Funzel an? Habe ich da gar nicht. Wo hast du deine Funzel an? Nein, du hast sie gerade ausgemacht. Ich habe es genau gehört. Ich habe sie gerade an und wieder ausgemacht. Ich habe sie gerade an und wieder ausgemacht. Ich habe sie gerade an und wieder ausgemacht. Bluttransfusionen erleichtern könntest, wäre das super. Oh, komm. Ne, wenn du einmal reinguckst, ist das gleiche da noch hin. Ja, das ist scheiße. Jo, das ist jetzt weg. Und ich lege mal hier eben eine... Dann fehlen schon wieder Feldern. Und eine... ...Hin. Okay, danke dir. Hast du? Ja, ja, habe ich. Schön. Ähm, da. Ich... Auch Feldern. Ich habe immer noch Durchfall. Ich... ...gibst dir mein Köpfchen nicht raus. Vielleicht muss ich doch mal Antibiotika probieren. Hast du davon noch eins? Nö, ne? Ja. So eine blau-weißen Pillen? Ja. Warte mal eben. Und jetzt. Ich, ich, ich. Hintertür. Hintertür. Und jetzt. Und jetzt. Keine Pfeile mehr. Ich habe auch nur noch 80. Ich kann dir auch gerade schlechter. Nur noch 80. Acht? Ach, acht. Ja. Was wolltest du hier? Da hast du übrigens noch was. Das kannst du mal lärmen. Kannst du mal lärmen hier. Lärme eher als. Du kannst doch einfach in die Luft gucken und eh halten. Dann sammelst du alles ein, was in deiner Umgebung liegt. Na, ne? Das ist gut. Das kannst du mal bitte lügen. Ich wollte nur eben mal dein Gesundheitsmedizin geben. Weil du mir jetzt mal glaubst. Ne? Ich muss jetzt mal glauben. Blau-weiß. Hab ich. Cool, danke. Wusste nicht, dass das mittlerweile so ist. Antibiotika hilft nur bei... Biohazard, ne? Zumindest war es damals so. Also, keine Ahnung. Ja, komm, Antibiotika hilft ja wohl auch gegen... Ich hab noch nie Antibiotika in meinem ganzen Leben genommen. Ich kenn mich damit nicht aus. In real life zumindest hab ich noch nie genommen. Echt jetzt? Ne, wusste ich noch nie. Ja. Das ist Ben-Neidenswerf. Ne, ne, ne. Dann bist du voll entschuldigt. Ich geh mal hier oben auf Räume. Hier oben stehen nämlich noch ein paar Häuser. Okay. Ich geh mal eben hier hoch und sage... Ich hätt grad fast gesagt, bye-bye, meine lieben Freunde. Nein, sei nicht. Nicht? Warum nicht? Versteh ich gar nicht. Nee. So. Obwohl's ja Aufnahmen sind, die ich hier jetzt mache. Also, wie gesagt, ihr könnt auch den ganzen kompletten Stream auf meinem Kanal und vielleicht auch auf dem Knusperseim-Kanal schauen. Ne, die Aufnahme lief die ganze Zeit nie. Aber bei mir auf dem Twitch, auf dem Twitch könnt ihr ja die Wiederholung angucken, sozusagen. Genau. Also, wie gesagt, auf meinem Kanal oder auf dem Knusperseim-Twitch-Kanal. Aber die Sounds sind immer noch so komisch. Ich hör die immer noch nie hier schreien. Das ist echt... Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Macht irgendwie keinen Sinn. Was ist denn hier oben an der Decke? Das hab ich ja zum ersten Mal gesehen. Die Kisten? Die Kisten hier oben. Ne, die hab ich ja vorhin hingemacht. Subli, Rotkreuz. Genau, da sind alle Sachen drinne. Und die vorhergehende Kiste kannst du dann nehmen, um... Um, äh, dich reinzumüllen. Wenn du was brauchst, musst du oben in die mittleren halt reingucken, dann. So. Okay. Also, da ist alles drinne von uns jetzt, sozusagen. Na gut. So, Leute. Ich möchte gerne mal hier rein, aber irgendwie... Tierfett. Mmh, lecker. Ulu, lecker Tierfett. Lecker Tierfett? Das fetzt. Kann ich eigentlich mal so machen hier? Bam! Ach, ein Krawler. Oh nö, und ich hab keine Pfeile mehr. Ei, leck mich am Arsch, ey. Langsam. Reißpfeile, echt. Ich kann machen hier. Ich hab' die Pfeile mehr. Hm. Hm. Da. Da. Ihr Felder. Oh, Jan, übertreibend. Dürft eigentlich Rohmied irgendwann bei mir? Nö. Derben tut dir nix. Oh, Mann, ey, ich hab' genug Pfeile. Aber du stinkst da durch und zockst Lombies an. Äh, lockst Zombies an. Ich zocke Lombies an. Auch geil. Du zockst Lombies an, sag ich doch. Ja, Mann. Der war geil. So, ich muss erstmal Blutmests suchen hier. Äh? Nase krabbelt. Irgendwas hab' ich jetzt blödsinnig jetzt gemacht. Deswegen. Noo. Ne. Bis gleich. Ja, genau. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss.